So, die Gegner auf den Knopf drücken! Mach meine Controller kaputt! Als werden die das nicht spüren. Sie sind bisher nicht kaputt. Nur defekt. Nein. Mit Gebrauchsspuren. Gebrauchsspuren, dass ich durch bin. Wäre schlimm, wenn du das nicht durchgehen lassen würdest. Wrong way! Wrong way! Nein, das ist der richtige Weg für mich. Fahr einfach die Abkürzung, dann wirst du nicht getroffen. Scherz. Ja. Oh, die ist aber geil. Das ist geil. Okay, ich muss jetzt die Timings hinbekommen fürs Schießen. Okay, leider noch nicht so richtig. Was denn? Haben wir uns so blöd fliegen lassen? Das ist geil. Ich muss jetzt die Timing hinbekommen. Sie müssen weiter außen positionieren. Ich muss jetzt die Timing hinbekommen. Ich muss jetzt die Timing hinbekommen. Wo bist du? Wo bleibst du? Viel zu weit weg. Ich weiß, ich hatte alle, aber ich finde zwei wieder nicht. Hä? Ich dachte, du hattest eben alle. Ja, ich hatte eben alle, aber ich dachte, das war nicht. Nicht so ein toller Start von dir. Oder willst du die wieder rechts holen? Ohhhhhhhhhhh! Puhuuu! 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 No, no, no! Puhuuu! 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 Noch bist du dran. du bist zu weit weg? ja weil ich ja überall hin und her fahre. hast du dich langsamen teile links? so dass du die nicht fahre. ja ich weiß nicht wie ich die fahren muss, ich sehe die münze ja nicht, wenn ich von da komme. so die sind da runter, dann hat man die. kriegt am start rechts rüber. oder du versuchst erstmal erster zu werden. ich halte dir den abstand. bevor ich alle sammle. ja nur die die auf dem weg sind. so wie man eigentlich immer silbermünzen sammelt. du versuchst immer erst erster zu werden, damit man die bananen kriegt und dann nach runde 2 fängt man sowas sammeln groß hatte ich an. aber du hast null bananen, das ist nix. das mache ich jetzt nicht. wenn du die außenbahn nimmst um die münzen zu sammeln, sag bescheid. ich ziehe jetzt erstmal auf die standard. ich kann die mich jetzt hier abfragen. aber du wirst eh schon fertig sammeln. aber ich habe sie dir rangeholt. power up, power up. no no no. schatz du siehst wo ich stehe, ne? bleib innen. oh, ne außen. außen außen. außen außen. Das geht besser. Aber ich muss noch gucken, wie ich die gleich vom Start bekommen. Du bist zu weit weg. Ich weiß. Du weißt ja, da um die Ecke und dann innen bleiben. Na, außen bleiben. Ich schieße auf die Innenbahn. Da sollst du eben nicht langfahren. Was? Da nicht langfahren. Da in dieser Tunnelkurve darfst du nicht innen sein. Ja, aber du warst auch längst fertig. Ja, okay, aber für die Zukunft. Es wird noch keine Bahn, wo ich die Menschen kommen muss. Das ist nicht gut. Oh, die Leute wieder weg bist. Ja, weil ich so viel vorliegen muss. Ja, aber ich muss so viel vorliegen. Ich muss so viel vorliegen. Marron. Marron. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, bis ich deutlich näher rangekommen bin. Hallo. Auf die Fahrbahn gucken. Auf die Fahrbahn gucken. Gute Laune. Eher Konzentration als schlechte Laune. Ich habe einen anderen Eindruck auf mich. Nein, gerade nicht. Dann war es ja wieder eigentlich relativ gut. Weil ich alles bis auf den ersten weggebombt habe. Das ist richtig. Ich kriege hier keine richtige Fahrspur zu sehen von denen. Da habe ich mal Sperrfeuer. Scheiß Dachs und Drumsticks muss ich erwischen. Vom Gas gehen. Wo fahren die denn lang? Die fahren ja eine ganz andere Linie auf einmal. Von Gas gehen. Bitteschön. Okay. Das muss jetzt auch so gehen. Du hast zehn Raketen. Bitte schafft die Kurve. Geht doch. Ja, voll zu viel. Boom. Schon wieder zehn Minuten. Es sind nicht halbis, nichts ganzes. Aber wir haben jetzt Schlüssel, ja? Ja. Das ist ein ganz tolles Minispiel. Das hat richtig Spaß gemacht. Was mit Banjo nur Selbstmord ist, weil Banjo ist ein riesiges Ziel. Ja, stimmt. Und alle ziehen das Banjo. Nobody likes Banjo. Das ist wirklich so. Die Bots ziehen sofort auf mich. Wenn ich versuche, ein Rennen zu gewinnen. Das ist kacke. Soll ich die aufheiten? Selbst mitschwimmen kannst du nicht, ne? Mitschwimmen? Äh. Was? Ist da außen wieder einer? Warum ziehe ich die nie? Da ist noch eine. Hier sind zwei. Ja, ich habe alle. Ich weiß, was er sehe. Wie soll man die kriegen, da in der Luft? Die habe ich irgendwie erwischt. Die direkt nach Start am Ziel finde ich schön. Ja, die sind total simpel. Ernsthaft? Danke, wer auch immer die Blase gelegt hat. Danke. Alles zerstört. Ich bin im Ziel und ich habe alle neun. Ich kriege die nicht. Banjo fliegt zu hoch. Scheiße. Das geht nicht. Das geht wieder nicht mit Banjo. Das muss alles in der Luft sein. Nein! Arschlöcher. Arschgeburten. Alter! Jetzt mal ernsthaft, warum schubsen mich alle rum? Was ist beim Hovercraft? Ich bin aber Banjo. Ich sollte die rumschubsen. Das ist das. Wie soll das gehen? Man kann... Ich kriege die nicht. Ich kann die nicht kriegen. Das ist unmöglich. Klasse damit einen Boost drüber. Immer. Dann mach es mal ohne. Nee, dann klappt es nicht mit Banjo. Dann ist Banjo zu schwer. Verstehst du? Ja. Ja. Lasst mich nicht zum Boost kommen. Danke, Arsch. Ich hasse es mit Banjo. Er wird immer gerammt, weil er so groß ist. Großes Ziel. Selbst beim Ramm. Ich bin zweiter. Ich halte einen Rhythmus. Insofern habe ich auch alle Münzen. Wunderbar. Geht doch. Das ging schnell. Ich gehe tipptopp auf dem Tipptopp im Wasser. Das ist ein unbesiegbares Biest. Das ist so. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.